Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Baerpo Products und heute geht's um einen Langbogen. Mal ganz ehrlich, zu so einer richtig guten Bogenlinie gehört natürlich ein richtig guter Langbogen einfach mit dazu. Jetzt haben wir schon richtig gute Langbögen, also unseren Botnik Longbow oder auch unseren Pentalon Blackfoot. Es gibt ja Leute, die sagen, so ein richtig guter Langbogen fängt erst bei 68 Zoll Bogenlänge an. Und schwupps, da ist er, weil wir sind auch der Meinung, es war mal wieder Zeit, einen neuen Langbogen mit ins Programm aufzunehmen. Also haben wir uns unsere sehr beliebte Bogenform vom Dakota geschnappt, den ihr noch aus der Vergangenheit kennt, haben ihn aber massiv aufgebessert. Was genau heißt es? Als erstes bekommt unser neuer Dakota ein richtig schönes Overlay. Schwarzglas mit Räuchereiche. Und da die ganze Firma und auch ich persönlich ein Riesenfan von Räuchereiche sind, hat es das Ganze auch gleich ins Mittelteil geschafft. Also Räuchereiche mit einem richtig schönen Zierstreifen aus Ahorn, Mikata und wieder Ahorn. Und um den Bogen so richtig gut zu machen, haben wir uns gedacht, wir nutzen einen Bambuskern für die Wurfarme. Dann kommt eine Schicht Carbon dazu und zwar genau unter dem, Achtung, neues Furnier, unter dem Olivefurnier. Und auf das Olivefurnier kommt unser Crystal Clear der Powerglas. Also das Carbon ist extra direkt unter das Furnier gelegt, damit der Bogen richtig gut Power bekommt. Und damit er mit der Power auch gut umgehen kann, werden die Tipps dreifach verleimt und zwar mit schwarz-weiß-schwarzen Mikata, also unsere Standardfarben. Ich bin ein bisschen zu klein für einen richtig guten Langbogen, aber ich habe mir sagen lassen, der Bogen hat eine extrem gute Performance und man hat extrem viel Spaß damit. Macht's gut, ciao!